Super Mario Maker Super Mario Maker Super Mario Maker Oh, was ich hier bei? Yes. Okay. Oder Nütze. Eine von drei. Eine von drei. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Oh, Nies. Ah no, Nies. No, sorry. Ja. None. Oh yeah. Oh. Oh wow. Oh. Oh wow. Oh man. Oh wow. Oh. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Okay, die zweite Menze fehlt mir. Die dritte haben wir jetzt und die müssen ja dann als Ziel sein. Genau deswegen drei. Die dritte Stelle wir jetzt mal easy schaffen. Oh na, das ist es einfach. Das ist einfach nicht kurzer. Es ist einfach nur noch so schön. Funktioniert werden. Es ist auch noch nicht. Also die dritte sind, was das ist eben? Höchst- Oh mein Gott. Das war super. Das ist doch nicht wahr. Ich werde aber mal zurück. Und mir das holen. Das Schwert. Oder auch nicht. 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 Das ist echt cool. Muss ja doch kein Speedrun sein. Ach, unfassbar. Triple Jump. Okay. Get it. Tja. B... 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 M. Bayerischer Braten... Brotler... Mix. B... M. I.I.P.K. Okay. Okay, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gönne ich mir den Mond und guck was passiert. Oh, fuu. Falls der Mond sich bewegt. Ist es einfach eine Feuerblume vom Himmel gefallen? Okay, dann bleib ich mal an der Stelle stehen. Wasser. Wir können ja gerne noch mal gucken, was die Zuschauer das eine Mal geschickt hatten. Die Zuschauer-Level. Aber... Vielleicht finden wir ja noch ein cooles hier. Most Mysterious World with Mario. Abschlussrate von 7. Dark Locker. Most Mysterious World with Mario. Let's do it! Oh no! Oh no! Ja, cool. Das ist endlich mal ein lustiges Rätsel-Level, wenn ich Glück habe. Okay, vielleicht sogar ein Trolling-Level. Das war echt lustig gerade. Ich da runtergefallen bin. Ah, ich wollte gar nicht weit springen. Was soll da runter? Oh, da würde ich doch sterben. Da ist ein Pilz. Okay, ich warte den nächsten Zeigler ab jetzt. Okay, nächste. Was? Schon wieder rauf? I did it. Oh! Okay. Das Bild ist weiter links. Okay, jetzt kann ich da rein. Und da kam ich. Und da kam ich nicht. Ich hab es sagen auf. Ich hab dich fest! Ich hab ich weiß. Ich hab das und gleich druto Actually. Da warst du los. Ah, alles klar. Okay. Moment mal. Was ist, wenn ich in die Tüge? Oh. Was? Yo. Von da kam ich. Ach du. Oh, shh. Oh, shh. Oh, shh. Okay. 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 Ich hab's gefunden. Yes. Ranken. Bitte nicht sterben. Wie einfach nur ranken. Ja, da ist das Ziel in der Ranke. Ach du. Wie lustig. Wie lustig. Wie lustig. Wie lustig. Ja, da ist das.